Vielen Dank, Secretary Leung, für das Teilen der positiven Erfahrungen mit uns und gleichzeitig auch das Teilen des Enthusiasmus für ein Vorhaben solcher Art. Sie hat gesagt, wir sind zwei, drei Jahre vor euch. Diese zwei, drei Jahre holen wir auch auf und dann haben wir einen großen gemeinsamen Markt, der wirklich fully liberalized ist. Meine Damen und Herren, Sie sind im positiven Sinne des Wortes sitzen geblieben heute. Dafür danken wir Ihnen sehr. Sie haben uns geholfen, einen intensiven und interessanten Meinungsaustausch zu betreiben. Sie haben uns geholfen, weiterzukommen in der Realisierung des Projektes. Sie wissen, das ist Work in Progress. Das ist noch nicht alles fertig, aber wir sind auf gutem Wege und die Entscheidung von heute Morgen ist ein weiterer Schritt in vergleichsweise schneller Reihenfolge, um hoffentlich auch zum Ziel zu kommen. Herr Bräunig gilt Dank dafür, dass der größte, bedeutendste deutsche und internationale Emittent flugs die Chance wahrgenommen hat, als die ersten Anzeichen dieser Möglichkeit da waren, einen Goethe-Bond zu machen. Dafür auch herzlichen Dank. Das war ein, zusammen mit zwei, drei anderen, ein besonders guter Marktaufschluss sozusagen. Und wir haben gesehen, dass sowohl die Real Economy als auch die Financial Services Economy, beide sind notwendig, um diesen Markt wirklich sinnvoll und dauerhaft zu formieren und insbesondere auch zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist eine unserer ganz besonderen Chancen, dass wir auf beiden Seiten durchaus nicht ganz minderbemittelt sind. Meine Damen und Herren, im Namen der Veranstalter herzlichen Dank, Herrn Braunberger, für eine Moderation bis zum Grad der Erschöpfung. Dem Mitveranstalter IHK danke für das Zurverfügungstellen der Räume und die sonstige Hospitality. Die sonstige Hospitality ist immer noch live und kicking unten im Erdgeschoss und lädt sie jetzt ein, noch ein Glas Wein oder ein Glas Wasser oder ein Glas Mortei, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, zu trinken und insbesondere aber noch eine Gelegenheit zu bieten, eine Plattform, wie man das modern sagt, zu bieten, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Sie können sicher sein, dass wir diese Plattform hier aufrechterhalten und weiterpflegen wollen und Sie sind herzlich eingeladen, wann immer wir die nächste Veranstaltung dieser Art haben, wieder daran teilzunehmen und wir hoffen dann, Ihnen stolz wie Bolle sozusagen einige Fortschritte berichten zu können und Sie sind auch herzlich eingeladen, vielleicht auch Fortschritte zu vermelden. Noch einmal herzlichen Dank allen Rednern, allen Panelists, allen, die hier organisiert haben. Sie haben einen super Job gemacht, wir haben eine sehr gut besuchte Konferenz hinter uns, wir haben, glaube ich, alle gut gelernt und mit diesem vielen Dank und auf Wiedersehen und vielleicht ein Wiedersehen unten im Erdgeschoss bei Wein und Trank. Dankeschön. Applaus